Welche Energien auf Sie warten oder Sie beeinflussen? Rosalinde Haller verrät es Ihnen. Mittwoch, 19. August. Eine Kur oder Reha starten bringt heute viel. Ein Fasttag wäre Ihrer Gesundheit sehr zuträglich. Sie können schlechte Gewohnheiten wie Rauchen, Alkohol etc. besser als sonst loslassen. Wenn Sie heute eine Dauerwelle legen lassen, brauchen Sie nur kurze Einwirkzeit und diese hält lange. Der Kreislauf ist sehr aktiv, Herzklopfen und ähnliches tritt leicht auf. Sie können dann Ihr Herz mit Herzfein stärken. Bei gereizter Darmschleimhaut könnten Sie Leber dran einnehmen, dann wird diese aufgebaut. Gleichen Sie Mängel mit Vitamin- und Mineralstoffzufuhen aus. Morgens und abends je fünf Tropfen Anika-Tinktur mit einem Glas Wasser einnehmen, mildert Angstzustände. Verantwortung und geduldige Entwicklung sowie Teamgeist lässt Ihre Ziele in greifbare Nähe rücken. Mutierung und anABU Mit Vitamin- und Mineralstoffzufuhen Mit Cookie Mit Vitamin- und Mineralwasser